Musik 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 Oh, der Skelett muss ins Gefängnis? Okay. Ja, der Skelett. Oh, Skelett. Skalotten. Einen Moment. Wir wollen heute erst später an aufzunehmen. Bis Mittwoch ist ja erst den Upload. Ah scheiße, das hab ich gar nicht in die Regeln geschrieben. Ja. Der Skelett ist jetzt im Gefängnis. Juhu. Oh, jetzt ein Bergstreiker. Erstmal Kunden. Ah, Dolo TV. Okay, okay. Ich glaub, die machen einen Screen. Warte für mich auch mit drauf. Wer macht einen Screen? Ich will aberißer. Oho. Ach da, Screen. Eric, du bist zu fähig. Ich bin viel zu spät. Ich bin viel zu spät. Eric, viel zu fähig. Oh. Warte, ich flieg so durch. Woah. Schütz euch. Ich glaub, ich geh jetzt auch mal in den Game Mode. Ne, ne, ich will ja aufnehmen, wie wir anfangen zu bauen. Das wär ja dumm, wenn ich hübschen. Mache. Oh, ich hab mir den Weg gebaut. Das ist das Bundeskanzler. Das ist das Bundeskanzler. Das ist das Bundeskanzler. Das ist das Bundeskanzler. Ey, jetzt müssen schon wieder zwei Skelettere und eins von mir rein. Aber nein, wir machen nicht Tag. Krass, man. Ich hab richtig krass viele Schläge dafür gebraucht für so eine Skelettere. Ja, die brauchen ewig. Die unglaublich alle sheeten wollen. Ja, also, dass Vertox wieder anscheinend Tag kommt, bekommst du das natürlich selbstverständlich. Oh, Chaos-Werkel, Chaos-Werkel. Nein. Nein. Was? Alles klar. Ja. Ich hab Bande gefunden. So, Slash Game Mode. Warte ich muss erstmal slash clear. Ja, sind das hier oben. Das ist Dodo-Team. Ja, ist denn das hier oben. Das ist ein Dodo-Team. gewohnt und muss das sein Prozent von mir Prozent ist vergleich voll ich kann nie mal die Regenbach nie die Scheiße die Scheiße was wo es heute mit der Aufnahme wird für mich nichts aber ich werde jetzt Dodo ist doof das ist und ich werde jetzt gerne drauf sagt und jetzt mal fünf lieben sein damit die anderen drauf also einfach nicht alle anderen wollen ausspielen haben und das ist und ich jetzt so um Badminton ist hier unten springen und um eine Flügel ausbreitet jetzt auch nicht ich habe er gebeten das man weiß was man wird und wenn ich die Flügel habe auch so ist es so gut und wo die Opa und unter dem Haus während und unterbrechen Gäste der der das Geld sie mir ein bisschen ich habe das Gefühl von Schulden er warnt was macht für die Füße des Gefängnisses die Einzelne drüben wenn man ins Gefängnis wird muss man umbringen User disconnected from your channel. Ich hab unter meinem Haus einfach so einen Schluck User disconnected from your channel. Ja, die haben ab jetzt 10 Minuten gespiegelt. Boah, ich hab die geilste Aussicht hier. Oh Gott. Ja, pass auf. Jetzt für Skeletten schon weggehe ich da ins Gefängnis. Nein, wie fertig ist das so sein? Okay, folg mir. Folg in Padawan. Padawan? Warte, du musst nur nach unten. Ja, jetzt. Hier nach links. Dann bist du übel schnell. Geh hier links. Nein. Ich flieg durch. Ey, ich flieg hier drum rum, pass auf. Jetzt flieg ich nochmal durch. Knappstutz. Wie lange kann Spinnen leben? User was used out of your channel. Ach die Scheiße, die hat sich denn hier mit Holzbock gestreckt, Alter. Richtig geil fliegen. Alter, hört auf hier zu fliegen. Das sind alle Stichler, Leute. Alter, das gibt ja alle Stichler. Ja, die Stichler, weil sie alle nur schlecht sind. Werden die Slots die nächsten Tage noch erhöht, die werden heute Abend erhöht. Deswegen sag ich ja, die anderen können halt erst heute Abend. Alter, hört auf zu schreien bei mir jetzt. Eigentlich war unsere länger WG hier, ne? Ja. Ja. Guck mal, jetzt ist es viel höher, jetzt ist es cooler. Nein, da kann man nicht hochfliegen, das finde ich voll scheiße. Der coolste Typ der Welt. Da ist Luin. Guck mal, das sieht von oben richtig cool aus. Und muss auch fangen, von oben. Ja, es wird hell. Ja, von uns, von unserem, von der Banger WG sieht man es so ziemlich gut. Ja, sieht voll cool aus von oben. Es sieht echt voll cool aus. Es rote. Jetzt so, ich würde so einen Glasboden bei uns schon mal so nach unten gucken können. Von meiner Wohnung. Ja, besser. Bis zum anderen März. Wo es geht bei mir auch. Ja, genau, wir machen dieses ganz Ding voller Glas. Okay, jetzt komm. Da oben wohnen wir dann so. Freier Fall. Juhu. Das ist, das ist doch was. Ach, nee. Das war, zu meiner Bock. Ups. Du musst mal so Sturzflug machen, der so nach oben reißt. User in your channel timed out. Ich hab heute mit Marcel aufgenommen, das muss ich morgen mal noch fertig schneiden. Will ich jemanden auf der fliegenden Insel wohnen? Die bei mir nebenan sind. Auf welcher Rad, oder? Ja. Es ist bei mir, ich bin schön, die da sind. User in your channel. Nur Birkenbeiner. Essen ist natürlich nicht schwieriger zu finden. Stimmt. Weil auf Bergen wollen die ja nicht. Da, schön. Bornen. Dahin. Dahin. Was ist? Hey, wo noch besser? Nee, warte. Hm. Ich muss mich glaube, gleich umbringen. Aber ich hab... Ja, wir hoch genau über dir. Ey. Also ganz oben halt auf dem Berg. Auf der Bergspitze. Ach, da kann ich schon vergessen. Ich wollte eigentlich so hochgehen. Kann ich dann hierbleiben? Man kann es neben uns. Ey, wir können einen... Wir können einen gemeinsamen Weg machen. Also auch in die WG einziehen. User in your channel timed out. Einfach. Oder wir können uns bei Häuser verbinden. Ja, auf jeden Fall so ein Weg. Ja, ein Weg. Eine Treppe ist so schön hoch. Ich hab da jetzt nur ein bisschen Holz drinnen. Ja, ich schenk dir was. Ja. Aber ich muss trotzdem erst mal sterben. User entered your channel. Auf die. Äh, der schlagt mich noch in der Luft. Man, ich wollte nicht auf dem Baum landen. Dann auch vielleicht. Ach man. Fast mein Traum geplatzt. Ein Hühnchen. Babyhühnchen. Die Hühnchen halten jetzt mehr aus. Warte mal auf. Ja, das war komisch. 1.9. Sturzflug in Game Mode 0. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 1. 3. 4. 9. 5. aussuchen wird so viel ich habe das Rüstungsstand geschenkt und stein so ich habe mal wenn ich würde so eine große Bündnis schon immer so gut er geht noch ein schädigte okay und noch jetzt er mit Schäden so jetzt ist es nicht ich bin überhaupt in einem Game out 0 Game out 0 Jetzt geht's ab, let's go Warte, warte, warte Warte, warte Im Flug auffangen Ja, warte Dann equippen Ja Soll ich werfen, dann springen oder springen, werfen und dann Ich, also ich mach's zuerst Ja, mach's zuerst Ich hab's, ich hab's Nein Boah, ich hab's aufgefahren Ich hab's verloren Ich hab's verloren Ich hab's verloren Aber ich dachte, es landet wieder bei mir Aber Ich dachte, es landet wieder bei mir Aber Frag mich gerade, warum noch so viele hier sind Das ist machbar Das ist machbar Wollen wir den Restchen, die hier drin sind Topprober geben Achso Nein Weiß nicht Ich wollte gerne eine Chaosfolge machen Meine Chaosfolge sind Machst du mal Chaosfolgen? Kann das sein? Nein Nein, das war jetzt etwas länger her Nein, das war länger her Ah Aber Rabbids haben wir ja nicht mal ein richtiges Ende gemacht Ich hab's, ich hab's Oh Ich hab's, ich hab's, ich hab's Ich hab's, ich hab's Ich hab's geschafft Und ich überdee Aber Bei Erik Die Chaosfolge war dann nur am Anfang gewesen Und dann Da war's irgendwann stelle Ja, ich hab dann ganz allein gespielt Dann hab ich mir Hab ich mir einmal Gamebook gegeben Mein Wolkenkratzer gebaut Weil ich dann keinen Bock auf mein eigenes Projekt hatte Weißt du, ich sag mir so Na ja, vielleicht kriegt's ja keiner mit Aber irgendwie hat er grad so aufgenommen Ja, ich, ich nehm so schön auf Er baut sein Haus Mit einfach Game-Mode Ich schieb da so rum Das ist mir so, fuck Ich hab immer aufgenommen Immer wenn ich auf dem Server war Boah, ich hab das Projekt so geliebt Und was macht ihr? Einfach so knapp verenden Ach ja, Rabbids, ja Ja, da ist noch was ausgelaufen Ich hatte kein Bock mehr Geld zu bezahlen Boah Das hat so ein voll coole Schmetterdinghaus Ich weiß nicht mehr, wie ich das gebaut hab Ich weiß es jetzt auch nicht Ich hab auch die ganze Zeit nur mit Dreadmill aufgenommen Alter Wusstet ihr mir das antun? Immer mit Dreadmill Jetzt sind wir da So, ich muss Also 14.30 Uhr Muss ich meine Folge beenden Sonst war das Video zu lange Ja Ich wollte das so schönes Strike Mit John Cena und so Mit John Cena und so Na, da, da, da Na, ein John Cena kommt natürlich auch noch ins Projekt John Cena kommt natürlich auch noch ins Projekt Ich hoffe, man sieht das in seiner Aufnahmen Und ich möchte das Logo bauen Einfach hier an meinem Deck dran Und hat's funktioniert Ich will den, ich will den Frank auch sehen Ich kann an meinem Deck dran einfach John Cena hinschreiben Warte, warte, weißt du was wir machen? Also ich geh jetzt offline Ja, ich geh auch gleich Sorry, wir stellen so unsere Betten jetzt Du glaubst die Namen so von uns davor So, ich baue mir noch eine Spitzsache So, bei mir Wenn ich jetzt die Aufnahme Ist ja immer... Tschüss 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 Handsch